Reise durch die Zeit. Erlebe Geschichte neu. Durch Abstergos Erkenntnisse über die genetische Erinnerung, ermöglicht dir der Animus, in der Vergangenheit zu spielen. Mit diesem Produkt kannst du die echten Erinnerungen von Aveline de Grand Prix nach erleben. Eine Assassinen im 18. Jahrhundert, die zwischen zwei Welten gefangen ist und ihre Bestimmung sucht. Das Gestern gehört dir. Geschichte ist unsere Spielwiese. Animus Im 18. Jahrhundert Im 19. Jahrhundert Im 19. Jahrhundert Im 20. Jahrhundert UNTERTITELUNG Kommt zurecht! Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Wir spielen jetzt Assassin's Creed Liberation Das ist das nächste Projekt bei mir Und ja, fangen wir mal an Schnell gehen Okay So, irgendwie schnell sieht bei mir anders aus Ah So ein Rennen würde bei mir auch anders aussehen Ein kleines Küken Äh, kleiner Ja Vielleicht hab ich dich Komm zurück Perfekt wie die Plantagenarbeit, Monsieur Nehm diesen Ein guter Arbeiter, stark und gesund Ich hab dir gesagt, benimm dich, Kongo Wie ich bereits erwähnt, Monsieur Der ist stark wie ein Ochse Er ist gesund und komplett Bis auf die vierten Zehen Maman Maman Was ist mit dir denn? Maman Was ist mit dir denn? Maman Pardon, Madame Jugöre Rotzlöffel Halt Ich lasse dich verhaften Nur weil ich bunt bin Ey Wauw Wie Wauw Wie Er Wauw 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 Ja BTF Sorgst du dich auch? Hast du mich vergessen? Oder bist du tot? Auf jeden Fall ist die Nacht zu schade zum Schlafen. Okay, man wird sich hier so ein bisschen reingeschmissen, ne? Wo hat die jetzt auf einmal das Outfit her? Was ist hier passiert? Nur ein Albtraum. Sequenz 1. Schau, was haben wir denn hier für? Ein Schatz. Ein Schatz. Ein Schatz. Den holen wir uns natürlich mal eben. Ich weiß auch noch nicht inwieweit und in... Ja, wie ausführlich. Okay, da haben wir die Waffen. Ja, in wie ausführlich ich das spielen werde. Denn, ihr wisst ja, es gibt ja in den Assassin's Creed Spielen haufenweise Sammelobjekte und so ein ganz Kram. Und da ist die Frage, wollen wir das überhaupt alles machen? Oder wollen wir nur die Story straight durchgehen, weil eigentlich kennt das ja jeder von euch. So, sammeln wir das mal auf. Geld. Schauen wir mal weiter. Ein bisschen rauszoomen, ja. Hier gibt es ein bisschen mehr wieder zu machen. So, dann mach ich hier rein. Gibt es da nicht hoch? Ja, man kann natürlich auch runterspringen, ist auch okay. Ja, keine Ahnung Leute, das ist natürlich... Ja, es ist halt nie ganz leicht, ob man das alles macht oder nicht macht. So, ich glaube, ich bleibe erst mal beim Controller, muss ich mal schauen. Ich hatte ein paar andere Projekte noch vor. Eins konnte ich leider nicht machen. Bei ein paar anderen habe ich mich jetzt entschlossen, die nicht mehr zu zeigen. Ja. Und ich denke, dass es auch nicht verkehrt. Und ich kann ja mal sagen, was nicht funktioniert hat oder was ich nicht zeigen werde. Saints Route 2 werde ich nicht... Let's playen. Und einfach aus der Grundlage heraus das machen, um in der Hauptstory voranzuschreiten. Obwohl das null Relevanz hat, neben bisschen machen muss. Man muss seinen Beruf immer haben, bevor man weitermachen kann. Und das finde ich scheiße. Vor allem, wenn die total uninteressant sind und man immer den gleichen Kram machen muss. So, eigentlich solltest du dich da jetzt in den Heu rein... Nein. Nein. Sollst du springen? Nein. Ich will das nicht nochmal sehen. Das ne nicht. Kann ich. Kann ich. Kann ich nicht springen? Kann ich. Kann ich nicht springen? Kann ich? Kann ich. Kann ich nicht springen? Einen lassen. Super. So war das natürlich nicht gedacht. So, schnell nach oben. Wir wollen doch nicht jetzt schon gejagt werden. Ich habe keine Kappe. Oh. Ja, Spiele, wo man halt, oder, ja, Spiele allgemein, wo du in der Story-Mission nicht weiterkommst, wenn du nicht ausreichend ein Heben-Mission gemacht hast, einfach so, pass ich. Es ist was anderes, wenn man, ich denke mal, da stelle ich mir auch zu, wenn man ein Spiel hat, wo du jederzeit die Hauptmission weitermachen kannst, aber Erfahrungspunkte bekommst durch eine Mission, wodurch du stärker wärst. Das werdet ihr bei mir jetzt auch schon gesehen haben, zum Beispiel bei dem Spiel Vampire oder so, dann mache ich das ultra gerne. Oder auch beim Erste-Effekt habe ich das ja genauso gemacht. Da habe ich dann auch Bock drauf, ja. Aber wenn man, wenn es kein richtiges Level gibt, wodurch man stärker wird, dann muss ich echt sagen, habe ich da wenig Interesse dran. Und das gleiche war dann halt, ich wollte noch die Naruto Ultimate Ninja Storm Reihe spielen. Ja, das fängt beim ersten Teil genauso an. Den vierten Teil habe ich damals gleich zu Beginn, als ich vor drei Jahren mal angefangen hatte. Wo ich diese große Unterbrechung hatte. Ja, irgendwie ist das teilweise hier mit dem Wing von ihr nicht so, wie ich das haben möchte. Aber auch bisher ist Assassin's Creed sonst immer nur mit der Tastatur gespielt. Aua. Ja, okay. Hey, ich hab's abgelockt. Okay, da komm ich schnell mal nicht hoch. Ja, normalerweise wäre ja... Assassin's Creed 2 ist auch bei gewesen. Aber Assassin's Creed 2 finde ich halt bisher immer noch, wo ich hab auch Black Black nicht mehr gespielt. Aber gemäß das Assassin's Creed 2 ist einfach das Allerbeste. Also von mir aus könnten die das sogar nochmal neu auflegen. Allein schon von der Story über drei Teile hinweg, das ist mega gewesen. Aber ich denke mal, da werden die meisten Leute hin auch zustimmen. Dass Teil 2 einfach der Favorit ist. So, da haben wir noch einen Schatz. Mal schauen, wie komm ich denn da hin. Dort in Längen. Nein. Wieso suchen die mich denn direkt? Ist hier Sperrgebiet oder was? Oder nur weil ich schwarz bin? Wie soll denn das? Nein, lass los. So, dann kann ich schwimmen, wenn man nicht. Das mit dem Schwimmen kam glaube ich auch erst mit Black Black. Black Black hatte ich halt angespielt damals und dann mit dem nicht mehr. Hab mir aber dennoch weiterhin alle SS-Kreed-Teile geholt. Mal gucken, ob wir jetzt gemeinsam mal abgearbeitet bekommen, sofern das dann immer dran ist. Ah ja genau, Fallout 2 wollte ich zuerst auch machen, aber ich hatte ja Fallout 1 damals schon. Ne, also da muss ich jetzt doch sagen, auch wenn das bestimmt geil wäre, aber das ist jetzt grafisch, muss ich einfach sagen, boah, das geht ja jetzt doch nicht mehr, ey. Ja, das war so, das waren die Spiele, die ich jetzt rausgenommen habe aus meinen Projekten. So, ähm, halte RT gedrückt. RT ist das? Sie kann doch schwimmen. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Oh, die Karte immer, ne? Das ist so lange, wie gesagt. Lädt. Werte um Kleidekammer. Aussehenspunkt. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder richtig Bock auf ein Let's Play. Und... Ja, mir wird es auch so viele Projekte geben. Wie gesagt, manchmal, da fliegt halt auch mal was runter. Ach genau, ein Let's Play. Und den, die ich gerade aufgezählt hatte. Funktioniert hier leider nicht. Und das ist das Spiel Prototype. Ich hab's nicht geschafft, auf Steam, unter Steam, jetzt auf dem PC zum Laufen zu bekommen. Das Problem haben einige, einige wiederum nicht. Es handelt sich halt darum, du kommst halt ins Hauptmenü rein, kannst du den Schwierigkeitsgrad wählen, erstellst das Weicherslot und, ja, das war's dann. Und da weiß keiner, woran das... Wo kommt der jetzt hier jetzt direkt hoch? Ja, und keiner kann einem da sagen, wann das liegt. Bin ich aber auch, muss ich sagen, schwach, dass das nicht gepatcht wurde. Also einfach mal eben portiert und dann das so lassen. Das ist echt Müll. So. Sehr schön. Platsch! Ja, da sind wir hinüber, deswegen stehe ich jetzt auch nicht mehr auf dem nächsten Spot. Ja, ich werde erstmal ein bisschen ausführlicher hier anfangen. Ihr seht, es ist ja auch gerade. Haben wir ja doch gerade so ein paar Sachen. Also bei Assassin's Creed 2, wenn wir das dann einmal machen, werde ich auf jeden Fall alles ausführlich machen. Denn, ihr wisst ja auch, da konnte man ja richtig was ausbauen. Das konnte man, ja, konnte man dann nachher auch immer ein bisschen... Ich weiß gar nicht, irgendwo wurde das, glaube ich, eingestellt, ne? So, beim Einsammeln. Ich weiß gar nicht, irgendwie so ein bisschen so, vielleicht Piraten. Und da wollte ich eigentlich auch nicht hinspringen. Das passiert halt einfach. Ja, eigentlich hätte ich eine Ration, würde ich nach einer Timeline spielen, müsste ich das ja irgendwie zu... ...nach Black Flag spielen oder sowas. Aber, darum geht es mir jetzt gar nicht. Ich habe einfach genommen, weil das ja das kleinste von denen ist, schiebe ich das einfach erstmal vor. So, Alter, das ist auch richtig was gebracht. 3000. Wir pumpen uns hier gerade richtig voll. So, da ist noch ein Schatz. Ich möchte mal eben ganz kurz ausprobieren, wie das wäre. ...mit der Tassatur zu spielen. Okay, was ich direkt reinlassen kann. Nein, das wollte ich nicht eröffnen. Ich schließe dich wieder. Ich muss die wahrscheinlich erst in Optionen wieder umschalten oder so. Okay, dann bleiben wir jetzt. Ich denke, das gehen wir mit dem Controller jetzt auch hin. Oh. ok das hat sich gar nicht gelohnt 750 so ab zum nächsten aussichtspunkt schauen ob wir hier sind auch noch welche da sind sogar welche in einem anu das gesehen so hoch mit dir hier soll ja noch irgendwo ein schatz sein nein ich habe keine zeit zum anhalten am hoch oder schatz ist hier einmal plündern die kann jetzt nicht nach so einmal fix synchronisieren sehr schön warm und voll offen aufgespießt so wo laufen wir denn jetzt hin um die schatzkiste und die schatzkiste und dann arbeiten wir uns so mal ja wir müssen mal schauen wo ist sie da werden wow die sind nicht gut und schießen da wun wo na na ja 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 die niemand ich habe die ganzen soldaten gar nicht ausgeraumt aber funktionsbeutel ist voll wieso hat eigentlich die waffe umgeschaltet sagt mir das mal jemand gucken komme ich denn dahin genau ok warum ist der weiß was wozu braucht man die leute ich habe keine ahnung ich weiß noch gar nicht wie ich wollte laufen nein lass mich in ruhe wollte laufen so platz 3.000 das hat wieder ordentlich was geboostet so nehmen wir diesen aussichtspunkt wir haben eine lange nacht vor uns auch mit dir wie verringert man denn den kanteil gerade wieder so da hinten ist erstmal da sonst eigentlich soll zu springen genau hoch mit dir da 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 Untertitelung des ZDF, 2020